Hallo und herzlich willkommen, ich und der Dickcreation, der sich hier gerade versteckt, nehmen auf dem Server Free Build auf. Stell dir vor, ihr kennt ihn aus Gothic. Jetzt seht ihr ihn mal im Real Life als ein Creeper. Wir haben uns alle in ihm getäuscht. Genau, und wir nehmen heute hier mal auf, ne? Genau. Oh, guck mal, ist gerade einer mit dem Creeper gestorben. So schnell kann das gehen. Ich entschuldige mich schon mal. Ja. Und, ach ja, das Anfangskapital, das hatten wir schon so. Das kriegt man, wenn man auf dem Server spawnt. Das haben wir uns noch nicht gearbeitet. Wir fangen hier eigentlich mit komplett leeren Händen an, uns hier was aufzubauen. Eigentlich. Genau, komplett leere Hände, haben nur eine verdaubertere Spitzhack auch so. Aber dafür können wir ja nichts. Ja, wenn das der Server uns anbietet, dann nehmen wir es natürlich gerne an. Und ich habe voll Angst, dass hier ein Creeper von hinten kommt. Pack am besten auch die Serveradresse, IP rein. Ja, natürlich, die tue ich in die Beschreibung. Ein kleiner, aber feiner Server, würde ich sagen. Bin zwar gerade fünf Minuten drauf, habe aber schon viele neue Freunde. Der eine mag das Spiel Gothic so sehr. Ach ja. Alter, die sterben hier nur, kann das sein? Das sind alles irgendwie... Alles Noobs hier. Nein, wir sagen nichts gegen Server. Sind alles nette Leute, jetzt hat es bei mir gehakt. Es hat gehakt. Ach, was machen wir eigentlich, wenn mal bei uns Minecraft abstürzt, dann... Dann sagt das jemand, ne, und dann machen wir kurz Aufnahmestab. Na? Ja. Gut. Könnte ja mal passieren. Da ist ein Skelett. Ich will gar nicht wissen, wie schnell die... Scheiße, das hat man nicht gesehen. Nein, es kommt! Kümmer dich drum. Wo ist es? Wo ist es? Du hast Skelette. Ich hasse Skelette, ja. Ich weiß. Da ist es. Alter Massen. Oh, das hat sogar einen vertauberten Bogen, ey. Dieses Arsch. Stürb, dreckiges... Au, du hast mich gehauen. Ach, hier kann man sich hauen. Au, das hat mich fast getötet. Ich habe noch ein Herz. Wie du auch wieder wusstest, ey. Er liebt Pfeile. Ach ja, und die Monster lassen... Smaragde fallen. Keine Ahnung, wieso, aber... Wir haben jetzt sechs Maragde. Außerdem sind die über den Instanar stark. Ja, die sind... Und die Creeper, die rasen hier herum. Und jetzt suchen wir uns erstmal eine Stelle für ein erstes Haus. Damit wir in der Nacht Schutz haben. Also... Kann man sich hier Gebiete kaufen. Das heißt, wir können nicht überall abbauen. Ja. Das war jetzt die wichtigste Information von ihm hier. Und wo bauen wir unser Haus denn hier? Da haben wir gesagt. Ja, genau. Da war es. Hier so. Ich habe ein bisschen Holz. Ich habe zwar schon 44. Holz kann man nie genug haben. Ich mache schon mal zwei Drohnen, wo wir... Die Smaragde reintun können, zum Beispiel. Dass die sicher sind. Knochenpfeile, Eisendetzlinge kann rein. Ich weiß gar nicht, ob man sich das Gebiet kaufen muss, damit die Drohnen sicher sind. Oder... Auf diesem Server wird nicht gegrievt. Wie sagt man? Gegrievt? Nein. Gegroovt. Smoothie, smoothie. Ein Apfel! Yippie! Wie viele Eichensetzlinge hier abfallen? Ja, ich habe schon zwölf. Ich habe schon sechs. Ich habe mehr als du. Mist. Ich habe jetzt 16. Ich habe immer noch mehr als du. 18. 19. 20. 21. Es ist... Es ist... Jetzt schreibt mich hier einer auf Skype an, obwohl ich auf... auf bin, ey. Das ist voll nervig. Ich habe jetzt genau 64. Echt? Alter, wie viel hier abfallen. Nein, nicht. Nein, nicht. Setz mich an. Oh, nö. Jetzt fällt mein Minecraft-Ton aus, ey. Ich glaube es nicht. So, ich habe jetzt 4x64. Egal, dann diese eine Folge erst mal ohne Minecraft-Sounds. Dann muss ich so unterhalten. Das wird ja spaßig. Mach doch Musik an. Oder ich mach Musik an. Nein, das darf man nicht. Musik auf Videos darf man nicht bei YouTube hochladen. Das ist nicht... Das ist illegal. Nicht illegal, aber das darf man nicht. Man muss sich dafür die Rechte erst kaufen. Nein, man darf nur keine GEMA-Musik. Ja, das ist GEMA. Für GEMA ist momentan alles hier. Wenn die GEMA so weitermacht, kann man bald gar nicht mehr auf YouTube. Keine Minecraft... Ähm, ich habe nur Minecraft-Favorite-Musik. Oder Let's Sing, der Shooter-King. Nein, nein, das machen wir nicht. Das ist so gefährlich. Okay. Dann nicht. Ich habe da Angst. Und weißt du, was wir, glaube ich, vergessen haben? Was denn? Auf die Uhr zu gucken. Oder hast du geguckt? Ich habe geguckt. Ach, ach, du bist ein... Wow. Ich bin so stolz auf dich. Sammelst du noch Holz? Sammel mal... ...alles Holz einfach. Birken und Eichen. Ich habe schon zwei... Ich habe schon vier Stacks, ähm... Eichenholz. Ja, dann... Gib mal was. Und ich ziehe hier nämlich gerade den Boden dafür rein. Mit Eichenholz. Da liegt alles. Danko. Also die Wand wird Birkenholz und das da drum wird Eichenholz, okay? Okay. Wir können es ja nachher noch umändern, aber dass wir erstmal eine Verhousung haben. Ich habe schon 30 Eichensatzlinge. Okay. Du bist Sammler. Ey, ich will gar nicht wissen, wie wir dann die Höhlen tun werden. Ach ja. Verfolgt dich in so einer Schlucht, so ein Creeper, so auf Dynamite Speed hier. Das stimmt. Hm. Das ist sehr interessant. Das wird sich noch als sehr interessant herausstellen. Des Weiteren wird interessant sein, wie lange wir das machen, ne? Ja. Wie lange wir das überleben, wie lange wir das aushalten auf diesem Server. Genau, wir machen es so lange, bis wir sterben. Oh nein, gestorben. Fünf Minuten Folge. Juhu. Ach ja. Ich laber mal wieder totalen Schwachsinn. Short. Short movie for the men. Ja. So, ich weiß gar nicht, was ich hier wie-wo baue. Was mache ich hier überhaupt? Wie-wo? Äh, wie-wo. Na okay, die Bäume müssten weg. Machst du mal die Bäume? Geh weg. Ich mach die Bäume weg. Oh. Du Tierquäler. Oder Lebewesenquäler. Jetzt hättest du's gemacht. Nein, sowas mache ich nicht. Bei mir bleiben in Minecraft immer die Bäume stehen. Weißt du? Bei Melon Survival vor allem. Ja, das war ja nur ein Baum. Das war nicht nur ein Baum. Am Anfang meine ich. Am Anfang. Ach so. Stimmt, ich hab ja neue gepflanzt. Um eigentlich was zu essen. Ich verfolge natürlich deine Videos. Ich werd gestalkt. Ja, na klar. Beaches gucken und starten. Alles klar. Ach ja. Dann wird Kronk ja richtig viel gestalkt, ey. Die Arme. Alter, mach hier keine Schleichwerbung auf meinem Kanal. Dann gibt's ja noch den Pizmied. Nein, okay. Na, wer kennt sie nicht? Ich. Deswegen hast du ja auch gerade genannt. Ja, das stand hier gerade im Chat. Wie? Spiderschweini. Spiderschweini, Spiderschweini. Steht das nicht. Ich hab nachgeguckt. Er guckt auch noch nach, ey. Wurstkopf. Ich hab doch überhaupt nicht nachgeguckt. Ja, ja, ja. Halt doch deinen Kopf. Darf ich dich schlagen? Nee, ich weiß nicht. Kann man sich hier schlagen? Nein, PvP ist ja nicht da da. Nein, aber kann man. Ich will nur mal ganz kurz einmal einen Schlag. Nee, ist ja gar nicht. Ach so, das meintest du auch gerade. Ach nee. Mensch, ich bin ja heute wieder eine richtige Leuchte. Intelligenz. Ich hab etwas komisches im Bett. Es ist in einem Berg und sieht aus, als hätte es einer gebaut. Was? Hä? Wo? Hä? Wo bist du denn? Hallo? Wo bist du? Ach da. Ich seh's. Hör. Ich guck mal, ob das feindliches Gebiet ist. Feindliches Gebiet. Hier werden wir, sonst werden wir beschossen. Oh, nee. Hier ist immer noch ein Wildnis. Echt? Das bedeutet's? Das ist ja aber gebaut. Ist ja auch gebaut. Ey, wir könnten das abbauen, oder was? Ja, aber das ist ja nur ein Hobby. Ja, und das macht man auch nicht in einem Let's Play. Sonst wird man ja frisch ertappt. Das wäre ja dumm. Das machen wir mal, wenn wir nicht aufnehmen. Ja, jetzt hast du es verraten. Du bist ein Idiot. Und wenn es jetzt ein anderer macht, sind wir schuld, weil wir es gesagt haben. Aber der nicht. Tja, mit sowas musst du rechnen. Intelligenzbestien. Bist ja nur neidisch, dass ich so eine Intelligenzbestie bin. Ja, total. Ja. Es soll wieder Nacht werden. Ja, du willst wohl gegen einen Creeper und so kämpfen. Wobei, es macht Spaß dir zuzuschauen, wie du von Skeletten abgeschossen wirst. Alter, diese ganzen Blätter hier. Du hast gerade mit mir geredet. Ja. Du bist irgendwie voll leise gerade. Oh. Ich hab mir zu... Mein Ohr weh. Deswegen hab ich sein Herz jetzt gerade ein bisschen hochgeschoben. Schlauerweise. Auf der Seite, wo es ein Mikrofon ist. Ja, mein Ohr, mein Ohr, mein Ohr, mein Ohr. Äh, was? Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Mein Ohr, mein Ohr, mein Ohr. Ja, ja. Hallo. Hallo, ich bin hier hinten. Wer will einen Spawner haben? Wollen wir einen Spawner? Ja klar, stellen wir uns direkt in die Bude. Können Creeper spawnen. Was? Frag mal, was für einer? Was für einer? Creeper. Okay, Schweine ruf in zwei Minuten nochmal an. Ach nee. Ach so, das ist ein Spieler. Ich dachte, das wären Schweinesporner. Spawner. Ey, ich sag irgendwie Spawner. Hey, ein Schaf. Brauchen wir ein Schaf? Ja, wir könnten Schafe züchten. Für einen schönen Wollboden. Ja, natürlich. Warum ist die Tierhandlung zu? Hä? Ich sollte meinen Chat ausstellen. Hast du Birkenholz? Nein. Echt nicht? Ich hab nur Tropenholz. Soll ich noch welches mitbringen? Ja, Birke brauchen wir. Okay. Für die Wand. Muss auf. Warum lese ich alles, was die schreiben vor? Weiß ich nicht. Ich bin so ne... Ich meine, wenn die Zuschauer das lesen wollen, dann können sie es ja lesen. Wenn ich wüsste, wie man den Chat so einstellt, dass er nicht so gut zu sehen ist. Optionen, Grafikeinstellungen oder Multiplayer. Ne, Multiplayer-Einstellungen. Dann kannst du die Sichtbarkeit auch einstellen. Hä? Wo denn? Deckkraft? Ja, Deckkraft. Ach, Tatsache. So, mach ich mal. So. Also... Ich seh ein Netta Portal. Echt jetzt? Ja. Cool. Mach nen Waypoint. Gehen wir später in... Hier geht ne Minimap nicht. Hä? Im Netta? Bist du im Netta drin? Nein, hier geht ne Minimap nicht. Okay. Hier verzicht sie da oben nicht bei mir. Ach, das Holz brauche ich ja gar nicht. Mein Too Many Items ist auch nicht an. Also ich kann sie sowieso nicht benutzen, aber... Ja, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Wie viel Angst vor dem Netta Portal. Ich baue einfach nen Turm mit Erde, der ist nämlich nicht so weit weg von uns. Hoffentlich wird auf dem Rückweg Nacht. Wieso? Nur so. Hat überhaupt nichts mit dir und Skeletten zu tun und so. Ach so, okay. Dann ist ja gut. Ja, finde ich auch. So. Also hab ich ein bisschen Birkenholz erstmal. Jetzt muss ich hier noch ohne zu sterben runterkommen. Ja, weil die Hälfte meines Lebens verloren ist ohne zu sterben. Ich bin nicht gestorben, ne? Ja, besser als zu sterben. Und hier sind ganz viele Fackeln und das Schaf hat sie gesetzt. Ich seh's an seinen Augen. Guck mich nicht so an, stirb! Du hast heute irgendwie was wieder genommen, glaub ich. Ich glaub auch, ich bin heute so viel. Ich frag mich immer noch, wo du bist. Ja, das frag ich mich auch. Das ist natürlich sehr schlau. Nein, ich... Die Schafe springen alle die Klippe runter. Ich mein, die Klippe ist nicht sonderlich tief, aber... Das ist ne Klippe und ich musste dann erst wieder hinterher springen und darauf hab ich keine Lust. Nicht! Scheiße. Bist du gestorben? Nein. Schade, dann wär das jetzt hier voll beendet gewesen. Nein, wir machen... Stimmt doch einfach! Wir machen doch nicht so lange. Höh, da ist jemand! Höh, Hilfe! Ah, nee, man kann sich hier halt nicht schlagen. Ja, ha! Ich dachte grad, ich wär nur Hangar Games drin. Kommt der hier mit so ner fetten Eisenrüstung an, ey. Und der andere mit so ner fetten Lederrüstung. Und es wird Abend! Und ich zieh schnell meine Behausung. Haha! Hilfe! Oh, da ist ne Höhle. Hey, es wird Nacht und ich hab 33 Birkenhäuser. Das ist sehr gut verarbeitet das schon mal. Die Frage ist natürlich, wo wir die Eingangstür setzen. Oder wollen wir so nen unterirdischen Tunnel bauen? Der nach draußen geht? Ja, wir haben auch nix besseres zu tun. Also ja. Cool. Ich muss jetzt erstmal den Heimweg finden. Anstatt dass er sich tippet. Nein, wir sind keine Cheater. Wir cheaten nicht. Voll das Cheaten. Nicht im Display. Voll das Cheaten, ey. Da ist mein Erdturm. Also muss ich in die Richtung. Mann, der Erdturm hat was gebracht. Ich bin so gut. Ja. Ich hab voll in den guten Orientierung gesehen. Wo bin ich? Alter, er ist auf einmal richtig laut geworden. Und das war live seine Nase. Ja. Ich bin krank. Echt? Ja. Hört man dir gar nicht an? Ne? Ne. Also finde ich nicht. Vielleicht weil ich dich schon so lange kenne. Zwei Tage. Hallo. Hallo. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich hier. Ach da. Da kommst du mir in den Rücken gefallen, ey. Mit deinem scheiß Creeper Skin. Ach ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja, ja. Wow. Sag mal. Hast du jetzt eigentlich auf die Uhr geschaut? Ich glaube es sind schon mehr als 15 Minuten um, ne? Hallo. Ja, eine Minute mehr. Ja gut, dann machen wir jetzt hier einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal. Komm hier rein. Ja. Krieg erstmal schön Schaden. Ich frag mich, wie du aus so ner Höhe Schaden kriegen kannst, ey. Das frag ich mich auch. Ja gut, dann. Was tust du in die Truhe? Nix. Ich nehm die Smaragde raus, dass wenn wir lassen, nicht die Sachen rannehmen, weil ich nicht weiß, ob die das... Ja, dann nehmen wir alles kurz raus. Alles Wichtiger, ja. Ich hab jetzt alles genommen. Okay. Okay. Also, bei der nächsten Aufnahme steht entweder unser Anfangshaus noch oder nicht. Mal schauen. Und dann... Ich glaub, die uns hier das kaputt macht. Ja. Wir können's ja gleich schreiben, nicht unser Haus kaputt machen. Wir nehmen auf. Macht's nicht kaputt! Okay. Also dann bis zum nächsten Mal mit der Kreation und dem Bossigamer und... Ja, bye bye. Sagst du auch noch Tschüss? Ja, okay. Tschüss. Ja, tschüss. Tschau. Tschau, Alter. Ja, tschau.